Hallo, liebe Deutschlernende! Oh, ist das schön, ist das herrlich! Eben gerade war es noch bewölkt und es hat auch ein bisschen genieselt. Es hat ein kleines bisschen geregnet. Und ein paar Minuten später kommt auf einmal die Sonne raus und der Himmel ist klar, richtig, richtig schön, richtig toll. Also bin ich echt überrascht von dem Wetter heute. Also kann ich jetzt für euch ein Video draußen machen. Ich dachte schon, ich müsste dieses Video drinnen machen. Heute möchte ich mit euch über Filme sprechen oder beziehungsweise ich möchte dich ermuntern, einen Film auf Deutsch zu schauen. Ich schaue in letzter Zeit Filme auf Italienisch und ich bin total überrascht, wie viel ich verstehe. Ich verstehe richtig viel von dem Film. Ich meine, ich gucke Harry Potter oder Harry Potter, wie sie auf Italienisch immer sagen. Das heißt, ich kenne die Geschichte. Ich weiß, was passiert. Und dadurch verstehe ich dann auch fast alles, was sie sagen. Und ganz interessant ist auch, dass die Untertitel, die ich habe, anders sind als das, was die Leute tatsächlich sagen. Das heißt, ich sehe auch ganz viele Wörter, die Synonyme sind. Also die Untertitel wurden anscheinend separat übersetzt. Und dann sind die Untertitel, also wahrscheinlich um die Untertitel kürzer zu machen. Und dann sind die Untertitel kürzer als das, was die Schauspieler sagen. Und dann sehe ich auch Synonyme. Und wenn du meine Videos verstehst, wenn du diese Videos verstehst, dann möchte ich dich dazu ermuntern, auch mal versuchen, auch mal zu versuchen, einen Film auf Deutsch zu schauen. Geh in die Bibliothek oder kauf dir eine DVD oder eine Blu-Ray-Disc. Und die meisten Filme, ich sollte nicht sagen die meisten, aber viele Filme gibt es auch mit Übersetzung. Und es gibt auch auf YouTube ein paar Filme auf Deutsch. Und es gibt auch in der ARD Mediathek ein paar Filme. Und in der ZDF Mediathek, also ARD und ZDF, das sind deutsche Fernsehkanäle, Sender. Das sind deutsche Fernsehsender. Und durch, also übers Internet kannst du auch Filme auf Deutsch sehen. Oder du gehst in die Bibliothek, holst dir eine DVD oder vielleicht hast du auch DVDs, wo schon eine, wo eine deutsche Übersetzung vorhanden ist. Ja, weil sie bringen die DVDs und die Blu-Rays ja auch immer in mehreren Sprachen raus und mit mehreren Untertiteln. Und vielleicht hast du ja schon einen Film, der eine deutsche Übersetzung hat. oder du wirst bestimmt fündig, ja, du wirst bestimmt fündig. Du findest bestimmt eine DVD, wenn du in die Bibliothek gehst. Ja. Und ja, besorg dir einfach, egal woher, besorg dir einen Film auf Deutsch. Am besten auch mit deutschen Untertiteln. Schau den Film und du wirst überrascht sein, wie viel du verstehst, ja. Also, falls du mal Lust auf einen Filmabend hast, ja. Natürlich schau weiterhin meine Videos. Aber wenn du am Abend mal Lust hast, dich hinzusetzen und einen Film zu schauen, dann ist mein Tipp, warum nicht mal einen Film auf Deutsch? Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen überzeugen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, einen Film auf Deutsch zu schauen. Wenn du das machst, sag mir Bescheid. Ich bin gespannt, welchen Film du schaust und ich bin gespannt, ja, was deine Meinung ist und wie viel du verstehst. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss!